Hier sind wir am Flughafen in München. Hier ist die Tour de Fly. Ich habe Webchecking gemacht und war in einer Minute fertig. Eine Person stand vor mir. Das ist natürlich das sehr schöne, wenn man da hingeht und einfach abfliegen kann. Hier auf der Lenkenseite. Von hier unten kommt man von der S-Bahn hochfahren. Ganz easy. Jetzt gehe ich drüben im Terminal 1 noch ein paar Weißwürst essen. Da gibt es einen Laden, der ist super günstig. Und da werde ich jetzt noch ein paar Weißwürstchen essen. Bis dann, tschüss.